Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alle Events in Paradise City beendet und erhältst nun die Burnout Elite Fahrerlizenz. Die Goldwagen gehören dir. Sieh am Schrottplatz nach. Du hast die Burning Route dominiert und deine Belohnung wurde zum Schrottplatz geliefert. Du hast alle Burnout Werbetafeln in Paradise City zerstört. Hol dir den Montgomery Carbon Hawker an einem Schrottplatz ab. Du hast alle Events und Rekorde beendet, bist durch jedes Tor und jede Burnout Werbetafel gerast und hast jeden Sprung gemeistert. Du beherrschst die Straßen von Paradise City. Die ultimativen Paradise Wagen stehen am Schrottplatz für dich bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.